In diesem Buch erzählt der Autor die Geschichte um einige der Protagonisten aus Jenseits der Zeit weiter. Hauptfigur ist Yun Tian Ming, der Mann, dessen Gehirn ins All geschickt wurde, um mit den Trisulariern zu kommunizieren. Er berichtet hier über seine Zeit bei den Trisulariern und man erfährt, was er auf Planet Blau erlebte, nachdem dieser zu einer schwarzen Domäne wurde. Ich fand die geschilderten Ereignisse und die Verknüpfungen zu der Geschichte von Liu Xuxin wirklich gelungen und unterhaltsam. Danach entwickelte sich die Geschichte aber in eine Richtung, in der ich sie kaum noch nachvollziehen konnte. Der Autor beschreibt die Entwicklung des Universums über einen Zeitraum von 11 Milliarden Jahren mit etwas mehr als 5 Protagonisten und auf 388 Seiten. Das ist ein gewagtes Experiment. In meinen Augen ist es leider nicht so wirklich gelungen. Was mir trotzdem ganz gut gefallen hat, war der schöne und teils poetische Schreibstil des Autors. Wer sich traut, soll es einfach probieren. Der Roman ist lesbar, verlangt einem aber so einiges ab. Angefangen bei Gehirn-Yoga bis hin zu religiöser Hingabe. Mehr dazu lest ihr auf meinem Blog.